Hallo, Moor Chargers da draußen. Bloodbomb geht weiter und ich begrüße euch zur neuen Folge. Wie treiben wir Monkey jetzt in den Wald? Uuua. Verpiss dich einfach, lass mich in Ruhe. Na gut, du kriegst ja auch zum Mal. Ja, das war viel zu einfach, Alter. Ha. Hier ist nichts, hier ist nichts. Hier ist nichts, da ist nichts, dort ist nichts, da war auch nichts. Hier ist nichts. Dickes Kaltbrück. Ey, wie viel ich davon habe? Ich dreh durch! Irgendeine Affe! Na gut. Ich wollte es auf die Habe-Tour. Was könnt ihr kriegen? Giftmesser? Oh nein, bitte jetzt das. Ich sag mich nicht, dass es nicht so viele Leute in den Bank, die auch mit Giftmessern auf mich werfen. Ich war dann... Ich krieg wirklich langsam Dachschaden. Was? Ich hab Deutsch mit mir. Achso, ich hab mich auf Englisch gestellt. Ich bin gut. Ich hab Englisch. Ich hab mich auf Englisch. Ich hab mich auf Englisch. Toffrieden! Oh my, what a queer scent I'll take it over the stench of blood and beasts any day What is it then? I'm off curing hunts and besides, this is no place for ladies I wouldn't want to crack me down too Okay, warte mal einen Moment, ich glaub hier dann muss man Du Arsch Was bist du denn in der Hand? Du Riesenkamm Ich bin sehr stolz auf dich Boah Heilige Fauna Was zum Teufel Ich hab doch nicht mit einer Riesenbürste fertig Warum kannst du mich ausreisen? Warum kannst du mich ausreisen? Ich möchte mit einer jungen Dame hier sprechen Oh mein Gott Oh mein Gott Ich schick sie jetzt zur Odeon-Kapelle Ja Sehr schön Ist das die Note? Du 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 Soll ich ihm jetzt wirklich mal das andere erzählen und dann sagt er dann vielleicht, ja komm. Einmal sagst du so, einmal sagst du so. Ja, sorry, zwei Schmerzen. Was? Ja, komm. Ja, sorry, zwei Schmerzen, aber das Bollocks. Ich weiß, dass ich ein Super-Ausseider bin. Auch wenn sie lebt. Ja, dann köpfe ich dich, Alter. So einfach, das ist halt. Oh, oh, sorry. Ich werde mich nicht mehr verfahren. Du bist geklärt. Cool, ich habe neue Klamotten. Ist das gut? Wie klingt die mir den Scheiß an? Sieht doch scheiße aus, ey. Nein, nein, ich bleib mal schon bei meiner Jäger-Clifty. Oh, 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 we have the deepest gratitude for the Church and all they do for us. The deepest, widest gratitude, yes. Oh, 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 we have the deepest gratitude for the Church and all the deepest, yes. It is creepy. Oh, 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 we have the deepest gratitude for the Church and all the deepest. Oh, 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 oh Ruhig! Der Scheint einen Schluck aufzuhaben, er scheint sogar gesoffen. Und wer schlägt nun hier die ganze Zeit? Irgendwer haut sich hier selbst eine rein. das war ja ich konnte ja 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 das ist dankbar warum kommst du nicht raus das ist so gut das ist das ist natürlich nicht so ja jetzt ich hab hier nochmal vernünftig alles absuchen überall diese Rollstühle sind wir hier bei Silent Hill zum Glück sind wir es nicht ok da ging es auch noch oben lang verdammt wo soll ich denn hin da geht es lang da drüben links geht es lang und da rechts geht es lang es ist gut richtig oder das ist der Arsch da das ist er Cthulhu Man vergesst 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 du hast nicht vergesst oh 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 Cthulhu Man is in the house Cthulhu Man nein nein was ist denn scheiße steh uff wie was hat der denn jetzt da an seinem Kopf ey das ist das ekelhafteste was ich je gesehen habe ich hab schon so einiges gesehen aber das ist wirklich ekelhaftes was ist das in seinem Kopf die krexelbe kugeln haben zu tun sollte ich mir welche verschwinden das war ekelig ey bitte was was meinst du verballerst weg von den Zillen sinnlos Zwillingsblieb stein ich hab's ganz was gemacht die Flüche hoch ne oder ja das ist gut was ich hab's nämlich zwölf still alter scheiß mich hier ganz schön zu jetzt höre ich schon wieder das geprügelt das sieht schön aus wow oh nein wie groß ist das hier ja komm hau ab ey mäßigungsblieb stein sehr gut Gegengift mhm ja komm ey was soll'n das was was das was was ich weiß ich habe dann hat sie es gewesen hat das gläubige ein fahrer treffen kommen auf jeden Fall nicht weiter aus ich muss mal gucken ob ich das ausschalten kann das interessiert keine Schweine wirst du mich kreuzigen kreuzifix immer ey das ist mal so eben der lächerlichste bereits habe was hast du jetzt vor nun das ich bin viel zu imber für dich ja schnell ran da auf den Meter nein oh man das war so geil gewesen ey was ist denn das jetzt kriegst du auch mal das ist was nützlos für die Gesellschaft gibt es ja nicht Kugel die Kugel hier Warum ist diese Stadt so? Bitte, wacht auf. Ich will hier nicht allein sein. Blutunterlaufene Augeäpfel. Ja, da hast du meine Augeäpfel noch nicht gesehen, Freund. Wo sind wir denn hin gelandet? Im Garten Eden? Dann habe ich mir irgendwie schöner und bunter vorgestellt. Oh Gott, wo komme ich hier wieder hin? Ne. Will ich hier warten? Muss ich hier warten? Oh, nicht. Ist doch ein Hund, oder? Sorry, Leute. Aber das tue ich mir echt nicht an. Äh, so ein geiles Gebiet. Ist doch krass. Ist das krass, oder was? Ne, es gibt noch so viel andere Gebiete. Ich weiß immer noch nicht, wo ich eigentlich hin muss. Ich hätte gerne mal wieder irgendwie so... Zum Speicherpunkt. Speicherpunkt. So eine Laterne. Da muss es doch noch ein paar mehr in der Spielwelt geben. Was uns dort erwartet, sie in der nächsten Folge herrücken. 20 Minuten. Aber ich habe nur knapp darüber. Also von dem her, verzeigen. Den Umstand, dass ich es komischer, ich schaffe es mir auf 20 Minuten zu bleiben. Das bin immer so ein bisschen drüber, zumindest. Naja, aber jetzt. Ich sage... Tschüss, bis zum nächsten Folge. Bergbaum geht weiter. Auf jeden Fall. Ich habe Bock. Ich hoffe auch, ihr habt Bock. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. 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 T sacr assumed, dass ich was St. Paul Onzeном. Tsch. Tschüss.